Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Lickilicki! Heute ist Montag und wir spielen heute Mech Arena und wir spielen wahrscheinlich... Wettbewerb geht noch? Ja. Und wir spielen Wettbewerb. Also viel Spaß! Ok, die erste Runde geht los. Es hat sich an meinen Hangern nichts geändert, außer der letzte. Den ändere ich ja immer wieder hin und her. Ah ja, klar. So, jetzt kommt der hier. Schnell mal noch rumlaufen. So. So, ein Mist. Fliege hier. Was ist doch du denn da? Fliege verschwinden. Nein! Warum ist das so ein bisschen lecky hier? Fliege hier. Ok. Zweig geht's. Das. Ich bin empfährst du zu langsam oder zu spät? Das war klar. Das war klar. Warum hab ich den da hingeschossen? Warum? Du vermisst. Und du gibst das Knot. Jetzt kommt das Knot. Wim. Ich bin nochmal das Knoten. Sie sind so klar. Dassel dez alternate das Knoten. Jetzt versucht es euch zurück an. Das Knoten der Knoten. Der Knoten. Der Knoten ist es echt zu. Wim. Dich. Ich bin ebenso, das Knoten. Ich bereite alles vor die Ancreas oder mehr. Ah, geht doch. Drei, zwei, eins. Jawoll! Habe ich den noch gekriegt? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Mit vier Kills war ich unter den besten drei. Mal sage ich immer so, sechs Kills musste ich haben. Um dabei zu sein, ist auch nicht immer der Fall. Manchmal habe ich sogar acht oder mehr. Sie haben sogar vier gereicht. Glaube ich. Schauen wir mal auf die Bewertung an. Nicht, dass sie noch überholt worden sind. Ich habe es geschafft. Mit vier Kills. Nice. Gut, dann würde ich mal sagen, gleich nächste Runde. Let's go. Wow. Die nächste Runde, die Runde Nummer zwei geht los. Oh wei, das wird schwierig hier. Ach, den habe ich doch gerade schon gehabt. Wollt ihr jetzt so weitergehen? Okay, hier nach. Ich habe den Kühltrossel gekriegt. Jawoll. So, wir wollten zu denen gehen. Ja, ja. Ja. Ich glaube ich muss so mit allen spielen wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Ich glaube ich muss so mit allen spielen wahrscheinlich. Nein! Warum habe ich den König? So, hier ist der Hamlock. Woops, ich habe eine Lint Cone. Nachladen. Okay. Schade. Nein. Nachladen. Okay. Oh, war er nicht tot? Gibt es da nicht? Ich habe zu wenig Schaden gemacht. Sicher, kommt bestimmt jeder dran. Kann man da nicht hoch springen? Jetzt habe ich den Skill. Und jetzt brauche ich ihn. Das gibt es doch nicht. Na ja. Gut. Welchen Platz bin ich? Vierter? Vierter. Na gut. Da würde ich mal sagen. Geht es los oder nichts. Lohne doch. Warte jetzt. Die nächste Runde geht los. Die dritte. Ich glaube ich spiele vier Runden. FFA ist immer so schnell vorbei. Torwill von vorne an. Mrs. Möhe. Hier geht's meine Erinnerung. Ja distinguished'. Ah, ich hab da einen anderen ausgewählt. Naja, was soll's. Wer hat mir den Kill geklaut? Das gibt's doch nicht. Okay. Oh, ich hab's. Huh. Huh. Keine Chance. Die Waffe war so stark. Das gibt's doch nicht. Alle Daumen bei mir einmal. Hab ich schon voll an. Ich hab erst einen Kill. Ich glaub, ich dreh durch. Dieses Spiel ist ja Katastrofe für die Runde. Ein Kill. War bestimmt letzter. Oder noch schlechter als der letzte. Schau mal. Vorletzter. Oh, ich war doch nicht der Letzte. Na gut. Okay. Dann würde ich mal sagen. Geht's weiter. Nächste Runde. Okay. Die letzte Runde geht jetzt los. Die vierte. Und diesmal werde ich bestimmt gewinnen. Zumindest unter den ersten drei sein. Ach, nicht der schon wieder. Oh, schade. Ganz knapp. Beinahe. I-N-H-I-N-O. Oh, nee. Ich glaube, ich verliere wieder. Oh, nee. Ich glaube, ich verliere wieder. Ich bin gestohnt! Nein! Das war Teamwork. Der eine Stunt nicht, der Dreck gilt nicht. Okay. 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 Einer hat sogar noch einen Key gehabt, dann hätte ich es wieso nicht geschafft. Gut, dann sage ich mal Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht selber seid. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.